Das sind die Zutaten. Hier haben wir mal Bio-Kokosöl, Natrion, Kartoffelstärke, dann diese zwei. Hier haben wir Bio-Kokosöl und Kartoffelstärke und Natrion, die Zutaten. So, dann braucht ihr hier eine Schüssel. Das ist Duftöl, dass ihr das hineintun könnt. Ihr könnt das nehmen, was ihr wollt. Ich habe hier Limette Ober. Ihr braucht Duftöl, egal welches ihr nehmt. Hier ist das Rezept. Ich verlinke das Rezept euch auch wieder in der Videobeschreibung. Let's go. Genau, und wir müssen das Bio-Kokosöl erhitzen. Erhitzen auf dem Ofen. So, passt. Ich müsste es erhitzen, bis es flüssig ist. Es ist gleich flüssig. Gut, flüssig. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ich müsste es jeweils vom Natron zwei Teelöffel hineintun und vom... Die Kartoffelstärke kommt gleich, die wird aufgemacht. Hier ist sie. Also zwei Stück von dem hier und zwei Stück vom Natron. Das ganze Teelöffel. Genau, das ganze Teelöffel. Stopp. Das ganze Teelöffel. Das ganze Teelöffel. Das ganze Teelöffel.